Und weil ist der aus der Ukraine, der Emil, da hergekommen? Weil er hergekommen ist? Weil er hergekommen ist? Ja, weißt du das mal? Ja, von Hrapenbär. Ja, von Hrapenbär. Aber, und weil ist er nach Hrapenbär gekommen? Ja, noch im Zug halt, da hat es der Salma kein Auto gegeben. Ja, wenn es praktisch, die hat das mehr gesehen als Zwangsarbeiter. Und Dana hat das gesehen, ja, ihm geht es auch nicht schlecht. Vielleicht besser, weil er heim. Macht ja bei ihr schon so. Sie macht ja so Dokumente. Über ihre Heimat. Ja? Ja, von der Frä. Ach, das ist alles der Salma, den wir kriegen. Ja. Am Bären. Und kommt dir das so komisch vor, dass man da jetzt so nachfragt? Ja, das kommt mir schon ein wenig komisch vor. Ich weiß, dass das ein Wissen weiß. Ich kann auch noch in der Gefangenschaft werden. Mit 17 Jahren natürlich. Bei den Russen auch noch, oder? Bei anderen. Kann sich jemand von euch an eine Anekdote mit dem Emil erinnern? Ja. 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 Ja.